hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine spc dies zu lösen gilt und heute haben wir zwei garantierte tots packs mit der serie a natürlich und der ere wie diese zusammen mit der csl und diese spcs schauen wir uns an aber in diesem video natürlich die serie a dafür seid ihr hier bezahlen müssen wir dafür circa 160 bis 170.000 coins natürlich immer abhängig auf welcher plattform ihr gerade spielt oder nach aktuellen marktgegebenheiten können auch preisschwankungen vorkommen kleiner tipp vorweg ja macht vielleicht erst mal das ere wie diese vielleicht aus dem vereine raus und dann geht rüber zum serie a tors das kann euch vielleicht helfen wenn ihr vielleicht einen tors zieht der etwas höher bewertet ist dann könnt ihr den natürlich in diese spc packen und dann grundsätzlich einfach günstiger abschließen und schauen wir uns das ganze an ja ich habe das fast aus dem verein heraus machen können team aus der season brauchen wir genau einen spieler team gesamtbewertung 86 team chemie 55 und natürlich elf spieler wie es mir gewohnt seid ich einmal stillschweigend durch die spieler durch ihr könnt dann das video an der jeweiligen stelle pausieren und euch die spieler vom transfermarkt ersten halb mehr dafür ganze 23 stunden also genau einen tag zeit diese spc abzuschließen also spurtet euch morgen gibt es aber wahrscheinlich wieder eine neue spc das sollte eigentlich schon fast sicher sein da wir sie bereits heute haben und ich denke will weiter die vereine ausleeren euch dazu quasi nötigen fifa points auszugeben aber nein macht das nicht guckt am besten bei streamern euch die packs an oder wie gesagt tradet euch ein paar coins momentan ist auch nicht schwer coins zu machen kommt bei mir in stream fragt mich gerne was ihr fragen möchtet ab 13.05 bin ich dann meistens live jeden tag unter der woche oder beziehungsweise nicht jeden tag aber relativ häufig geht einfach auf den community tab hier auf youtube und schaut euch einfach die news an was ich dazu post und wann ich live bilden und wir gehen hier einmal rein let's go und damit damit haben wir diese spc erfolgreich abgeschlossen wenn ihr meine packs sehen wollt dann wie gesagt im stream dann mache ich die auf und ja ich würde mich freuen wenn ihr vorbeischaut ich hoffe ich konnte euch mit diesem video weiterhelfen und ich drücke euch die daumen dass ihr cr7 oder vielleicht sogar lukako ziehen werdet natürlich wünscht man sich dann eher natürlich den cr7 ok und ja wenn ich wenn das video gefallen hat würde ich mich sehr freuen über einen daumen nach oben und falls ihr zukünftige videos von mir nicht verpassen möchtet abonniert auch gerne kostenfrei meinen kanal in diesem sinne reingehauen wieder schauen peace und das ein